Das Ende. Es fällt noch sieben Seiten, Mama. Gehörte, was haben wir da so gesagt? Wie sollst du mich nennen? Vor allem, Fräulein. Papa lest uns nie Geschichten vor, wenn er daheim ist. Dein Papa ist ein sehr beschäftigter Mann. Er ist oft auf Reisen. Darum hat er mich eingestellt. Ich hörte Frau Himmelmann sagen, dass er dich eingestellt hat, weil er ein Tidman more than an Assman ist. Gehörte, bitte verpiss dich ins Bett.